Hallo, ich bin der Sebastian und ich bin begeistert, dass ihr eingeschaltet habt, angeklickt und auf der Suche seid nach einem Bonifatius-Preis, den man 2019 wieder gewinnen kann. Ich durfte 2016 den Bonifatius-Preis für Missionarisches Handeln, was für ein Titel, gewinnen. So sieht er aus. Natürlich verbirgt sich dahinter noch viel mehr. Es sind Menschen dahinter, es sind Ideen, es sind Begegnungen. Denn konkret 2016 haben wir gewonnen mit dem Projekt, wo das Evangelium zu Hause ist. Ich habe Menschen angerufen, ich habe Menschen mit anderen Menschen besucht an deren Haustür und wir sind fünf Minuten ins Gespräch gekommen und haben entdeckt, dass überall dort, wo Menschen getauft sind, das Evangelium, die Kirche, sich Christus ganz ereignet. Jetzt seid ihr dran. Dieses Jahr seid ihr gefragt. Wir suchen wieder Ideen, Projekte, kreative Wege, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, aufzusuchen, Werbung zu machen für Gott und seine Kirche, für sein Wollen in dieser Welt. Und ich glaube, ihr könnt das richtig gut. Also von daher habt ihr den Mut, euch zu bewerben. Bonifatius-Preis 2019 weiterklicken, Formular ausfüllen und vielleicht sehen wir uns im November in Mainz.